Ich kann doch nicht dran springen. Jetzt kommt doch schon mal ein Schritt raus. Ach Mensch. Komm doch mal Birte, ich muss dir was zeigen. Ich habe ein Geschenk für dich. Zu sogenannte Weihnachten. Mit X. Statt C. Weihnachten. Birte. Birte. Hensloa. Sechs Mann Spinnenmann. Komm mal Birte. Du hast so viele tolle Weine. Das eine nutzt sich doch ab, wenn du immer nur das benutzt. Du 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 du. Ha ha ha. Daneben. Oder muss ich den hier einfach nur eine bestimmte Zeit lang provozieren. Bis es dem langt. Vielleicht muss ich mich auch so stellen. Und er haut irgendwann in sich selber rein. Scheiße. Scheiße. Fuck. Was frisst Birte gern? Ich weiß es nicht. Kleine Jungs nicht. Das war unfair. Ha ha ha. Dummling. Dummling. Oh. Ich meine es nicht so. Ich bin ein Schlüssel. Dummling. Ich bin jetzt echt überfragt. Durch die Erschütterung ist das schon runtergefallen. Du da. Du da. Pralala. Lala. 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 Scheiße. Machst du das gleiche Spiel nochmal mit mir Birte. Scheiße. Wir sehen es. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss auf den dritten aufpassen, der haut weiter. Scheiße. Den dritten müssen wir erst mal studieren. Hensler, Herr Spinnenmann. Du bist ja dumm. Hm? Oh? Hm? 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 Es ist so duster. Das gefällt mir gar nicht. Er ist so langsam. Oh, er ist. Na, ich glaub das wars. Wir sind RIP. Herr Spinnen, man revanchiert sich. Ich komm hier nicht raus. Und wie gemein ist das. Schön zum trockenen aufgehangen. Da unten sind Spinnennetze. Aber wie kann ich die jetzt austricksen? Oh, ok. Ich bin noch gar nicht tot. Dachte ich wäre tot. Hihihi, ich bin ja weg. Hahaha. Wir kriegen das Scheiß Ding jetzt ab. Ich bin doch kein Kokon. Ich würde das Scheiß Ding loskriegen. Ich hätte da rüberspringen müssen wahrscheinlich. Mist. Boah. Ups. 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 Ah, jetzt roll doch schon. Ja, ja, ja. Los, los. Hüpf, hüpf, hüpf. Ups. Ups. Ausgerechnet jetzt schreibst du in den Chat, wo ich nicht reingucken kann. Oh mein Gott. Speed. Komm. Komm. Mach Speed. Kugelchen. Bitte mach Speed. Nein. Das ist süß. Das ist gruselig hoch. 10. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 4. 5. 7. Ah. Nein. Dachte ich hätte es geschafft. die blöde spinne die spielt noch mit uns ist halt nicht nein scheiße zu ungeduldig du schreibst immer dann wenn ich hier auf der kugel sitzt er hat graues haar gekriegt schild dir das mal ab das triggert mich bewegt das war ja voll der fiese bait dachte da ist jemand dabei ist das bloß eine dämliche puppe was das mit der puppe scheint ja richtig zu sein sonst hätte der uns ja schon wesentlich eher rausgekantet vom checkpoint her wie soll es auch gehen sobald ich anspringe fällt das ding runter kann ich die puppe noch irgendwie holen gehen aber die kann ich doch nicht also ich komme ja hier auch nicht weiter hä Hä? Ha! Nicht mit mir! Ich bin zu schlau für das Game. Ich wette, jetzt kommt leider der nächste schwere Brocken. Wo das Game mir sagt, nö, bist du nicht? Ei, ei, ei! Oha! Nein! Nein! Wohin? Warum? Ach! Ich mit meiner alten Männer-Grobb-Motorik soll das schaffen. Warte mal, wie ist denn der gefallen? Der ist nur bis dahin gefallen, glaube ich. Scheiße! Das geht nicht. Muss noch weiter hoch. Hoch! Ich muss noch weiter hoch, hoch, hoch! Du da! Und da... Ich muss noch mal auf 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 der anderen Seite gehören. Und da geht es noch ein bisschen, das ist ein bisschen, über die Pfeifen. Und da geht es um ein bisschen. Und da geht es um... Ein bisschen, das ist ein bisschen. Und da geht es um ein bisschen. Vielen Dank.